Es ist ein neuer Tag. Mal sehen, wie viel Geld du hast, nachdem du deine Franchise-Package verkauft hast. Great, das sollte mehr als genug sein. Auf der Seite sind deine Kataloggeräte. Du kannst die Kataloggeräte auszulocken, indem du einfach kaufen etwas für deine Pizzeria. Use die Ereignisse in der Bremse-Package in der Bremse-Package. Wenn du das Karten verwendest, klicken die Klänge der Blueprint-Mode auf dem Platz. Du kannst du zurück und zurück-einniere zwischen Katalog-Mode und Blueprint-Mode so oft wie du möchtest, bevor du deine Türen zu dem Publikum öffnest. Wenn du bereit bist, dein Restaurant für Business für den Tag zu öffnen, klick den Button labeled Finished in Blueprint-Mode. Gib es mal ein Mal und mach etwas Shopping. Das ist Animatronic. So, die Sponsor-Ship-Offer machen wir nicht, weil die sind böse. Und ja... Etwas... Hm... Vielleicht komme ich jetzt... Nein, jetzt kann ich... Lautstärke... ...weil die Patronen essen in der anderen Runde. Von deinem Terminal hast du Suppe, Papiere zu kaufen und Verbraucher zu machen. Nachdem du all die Sachen auf deinem To-Do-List gehst, kannst du auf den Tag einladen und rauskommen. Geld für die Verbraucher und Verbraucher kommt aus Pettikach. Also, keine Angst, dass es aus deinem Kopf kommt. Wir haben dich getrennt. Die einzige Geld, die du übernommen musst, ist, wenn du aufgreifst irgendwelchen Sachen in deinem Haus. Jetzt geht es um andere Dinge. Eine Sache, die zu wissen, ist, dass das System des Ventilations und dein Terminal sind ziemlich laut, und es kann dich verhindern, dass du Dinge in den Luftflächen zu hören kannst. Das wird kein Problem sein, wenn es nichts in den Venten gibt. Aber wenn du fühlst, dass etwas in den Venten sein könnte, hast du ein paar Tools auf deinem Toll, um dich zu schützen. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie das Audiozeug funktioniert. Das Motion Detektor, ein Audio-Decoy und ein secondary Ventilations-Unit. Schau dir aber auch, dass du nur eine von diesen aktiv zu haben kannst. Jetzt kommt es an. Einmal logge auf, wenn du deine Tatsachen für den Tag zu haben, und du kannst etwas Koffe bekommen. Die anderen Coins ohne zu bezahlen. Also kannst, oder? Ja, pro, ich glaube, pro gechierten Bits gibt es Coins. Ich weiß bloß nicht mehr, habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele Bits. Ansonsten, für ein Follow bekommst du fürs Hosten, glaube ich. Fürs Abonnieren bekommt man Dinger. Aber es kostet halt auch wieder Geld, außer man hat Amazon Prime. Ansonsten halt Zuschauen. Ich glaube, das geht schon lange nicht mehr. Also für die Coins, für die man was bekommt, die man eintauschen kann, für die gibt es keinen bestimmten Befehl. Vom Chia geht auch was an mich her. Für die Mikuja Dinger, da gab es irgendwie was. Ich glaube, entweder... Ich weiß gar nicht mehr. Bei denen von Mikuja keiner, da weiß ich gerade nicht. Mit Mikuja Dinger weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, die Mikuja Dinger sind im Endeffekt. Nicht richtig. Ja, aber wie gesagt, die Mikuja Dinger sind im Endeffekt. Nicht richtig. Ich habe diese anderen Befehl. Ich habe einen sehr starken Befehl, bevor du deinen nächsten Tag starten. Für das man kann sich nicht mehr reinigen. Natürlich, wie mit allem in dieser Linie von Arbeit, diese Befehlungen kommen mit Risiken. Die safeste Sache, die zu tun, ist es nachher rauskriegen. Aber dann, du bekommst kein Geld für das Zauber. Es wählst, es zu halten und du schaust den Risiken auf bestimmte negativen Konsequenzen. Z.B. Auch. Ach. Ja. Oh mein Gott. Remember, use your company-issued Taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. I have to go away, otherwise the next audio prompt doesn't go on. Document results. Begin audio prompt in 3. 3, 2, 1. If the audio prompt is done with the audio prompt is done, then he doesn't do so long until I... Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Yeah, at the beginning... Then I have to go back the game. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Fun audio prompt in 3, 2, 1. ...dokument results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. Thank you for letting me join the party. I'll try not to disappoint. Hello. 33 new people. Yeah. No lawsuits. Yeah. Okay. Markdown. Yeah. Free Maze. Wichtig. Wichtig. Genica Dead. Wichtig. 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 Lubel, wünschebenedogel, Wichtig. 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 . 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 Good. . . . . Mauszeiger ist wieder gefangen. Mann. F9? Aber F9 würde Aufnahme enden. Ist ja nicht gut. Gehen wir erstmal da lang. Come on, you know, you can't be here. Don't make this more difficult than it has to be. Okay. PC-Sound muten. Da habe ich noch nichts eingeschnellt für. Moment, wo, wo war, wo war das andere Ding? Gab es denn noch was? War das doch hier? Ja. Ja, die Musik ist cool. Leave him alone tonight, he had a rough day. Okay. I'll tell you not to close your door. This is my house, you can't ignore me like that. Open the door. I'll find a way from outside. Awww. Burn off to that place again. He will be sorry when he gets back. Fruitmas. Fruitmas. Oh Äh, die anderen Power-Ups wären nicht schlecht. Ja. 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 Oh Gott! Wahnsinn! Jumske! Naaaaah! Ich muss nicht in dem FNAF spielen... ...nach mal Fruit Maze spielen... ...jaaay! Tote Tiere... ...dass ich nicht in dem FNAF spielen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schlechter Weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, der Skidner. Time is up. Er ist nicht wirklich da. Er ist hier. Seid mir. Ich bin Candy Cadet. Komm, deine Candy hier. Ich habe Candy all day. Every day. Candy. 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 Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you a story? Yeah, the stories... The stories are nice. I am Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. 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 Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you a story? Story? I am Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. 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 Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you a story? I am Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. 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 Ich bin Candy Cadet wieder, und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ich kann heute noch einmal. Ah, ich habe ein bisschen Geld. Es gäbe dann noch ein anderes Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon Zeug kaufen soll. Oder... Ja, ein bisschen was kann man kaufen. So, ich bin Lautsprecher. Ist da schon das Ding dabei? Na, ich glaube, dass es beim letzten ist. Im letzten Katalog. Er ist im letzten Katalog. Okay, das... Das Geld hebe ich mir für Equipment. Im... Im richtigen Spiel auf. Gut. Also, versuchen wir es mal. Jetzt. Erstes Mal, dass ich wirklich sterben kann. Equipment erstes Mal. So, ich will... ...die beiden Dinge. Okay, links ist er. ... ... ... Okay. Das war's für heute. Da war ein Geräusch. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, der ist jetzt in dem Schacht drin, oder? Okay, da war was. Dann wird mir nichts angezeigt. Okay, jetzt ist es. Ich baue ein Tausender für ein extra Handyman. Dann wird mir zeigen, wie ich ein PC neu aufsetze. Ich baue ein Tausender für ein PC neu aufsetzen ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Das müsste ich nicht unbedingt streamen. Weil im Endeffekt installierst Windows neu und fertig. Das ist halt vorher von Windows. Festplatten formatieren. Bevor du ist ein Animatronic gefunden in der Backallie. Wir sind nicht sicher von ihren Origins. Es ist dein Job, die Begründungscheckliste zu Ende, die Begründungscheckliste zu erledigen. Du hast es entschieden, mit der Begründungscheckliste zu erledigen. Das ist die Animatronic. Und die Begründungscheckliste zu erledigen. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Document Resultat. Nein, Springtrap ist aggressiv. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Das ist jetzt der vierte. Danach kommen wir noch einer. Document Resultat. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Okay, das kommen wir jetzt der letzte. Okay. Ich habe mich schon gesehen. Dokumenten. Du hast die Begründung des Verhältnisses und kannst mit der Verlust. Gut gemacht, Endtape. Was für eine deceptive Anrufe. Ich wusste, es war eine Lüge. Als ich es hörte. Obviamente. Aber es ist trotzdem intrigierend. Ist denn mein Restaurant nicht gut genug? Bullshit. Okay. Zu riskant. Ich habe ja Platz. Machen wir erstmal Candy Cadet. Oder? Zu dem nächsten Zeug werde ich erinnert kommen. Machen wir das mal. Und... Bei Candy Cadet werden wir lange Zeit da haben. Ich bin Candy Cadet. Komm, schau dein Candy hier. Ich habe Candy all day. Every day. Candy. 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 Ich kriege immer weniger Punkte. Vielleicht kriege ich bald eine Story. Vielleicht kriege ich bald eine Story. Ja, Candy Cadet ist cooler. Wenn er mal eine Story erzählen wird, dann wäre er noch cooler. Ja. Ich heiße Michael Gusto. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, schau dein Candy hier. Ich habe Candy all day. Every day. Candy. 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 Aber wo steht... Wo steht da dabei? Zurück nach Candy Cadet wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, schau dein Candy hier. Ich habe ein Candy all day. Every day. Candy. 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 Ich bin ein Candy Cadet wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Erzähl mir mal eine Story. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Ohaaha. Genau. Ich bin ein Candy Cadet. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, schau dein Candy hier. Ich habe ein Candy all day. Every day. Candy. 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 All day. Zurück nach Candy Cadet wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Genau. So ist es mit folgendem. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, schau dein Candy hier. Ich habe ein Candy all day. Every day. Candy. 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 Ich glaube, das ist zufällig. Ich glaube nicht, dass man das beeinflussen kann. Zurück nach Candy Cadet wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Zumindest habe ich noch nichts gehört. Ob man das beeinflussen kann oder so. Ich bin ein Candy Cadet. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, schau dein Candy hier. Ich habe Candy all day. Every day. Candy. 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 Candy.mare One. Candy Chancen. Hi Mittelschalken I am Candy Cadet. Komm, holst du dir Candy hier. Ich habe Candy all day. Every day. Candy. 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 Candy Tausendpunkte. Tausendpunkte und keine Geschichte. Der Story. Ich bin der Candy-Cadette. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy, candy, candy. Story. Ich bin der Candy-Cadette. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ein Mann. Ich bin der Candy-Cadette. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy, candy, candy. Ich bin der Candy-Cadette. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin der Candy-Cadette. Ich bin der Candy-Cadette. Ich bin der Candy-Cadette. Good luck. Tausend muss ich mir auf jeden Fall aufsparen. Aufsparen. Ja gut. Hauen wir das Ding rein. Was steht da einfach so drin? Ah cool. Das ist gar nicht mal so ein Ding zum... ...Hin sterben. Immer noch beste Animatronic. So, jetzt haben wir Funtime Freddy und Springtrap da. Guck mal und... Ah ne, der hat nur 900 gekostet. Ups. Okay, da ist eins. Und da ist eins. Einer links, eine rechts. Machen wir gleich am Anfang erst mal das... ...printen. Aber das ist am lautesten. Guck mal. Okay, jetzt ist links irgendwas. Faszinierend. Ach, fick die Springtrap. Komm. Ich bin tot? Nein. Er ist immer noch da. Springtrap. Sweet. But fitting. Oder war jetzt... War Funtime Freddy rechts? Ich hab gedacht, der ist immer nur links. Aber der rechte... ...die rechte Animatronic, die war doch... ...wieder ganz woanders. Was? Fun. Fun. Na ja. Ja, das ist... Springtrap ist scheiße in dem Spiel. Jetzt könnte ich mir noch was für 100 kaufen. Habe ich irgendwas für 100? Nein. Was für 100 hier? Nee. Ne. Ne. Ah, beide rechts. Ne. 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 Ja. Wo ist sa andere? Wo ist sa andere? Geht herum. Einer da, einer da. Irgendwie sieht Springtrap in dem Spiel komisch aus. Einer ist da oben und der andere. Jetzt kann das natürlich der sein, der da war. Okay, sind beide da. Ups, da ich da. Okay. 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 So, beide da. Nein! Fresse! Geh weg, Springtrap! Ich hab noch nicht ganz herausgefunden wie was klingen muss. Damit ich weiß, was gerade passiert. Das ist okay, die Kadett. Ich hab noch nicht. Bevor du eine Animatronik gefunden hat in der Backallie. Wir sind nicht sicher von ihren origen. Ja. 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 Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. Document Results. Begin Audio Prompt in 3, 2, 1. Document Results. Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. Ich weiß gar nicht ob was passieren kann. Wenn wir jetzt so drauf gucken. Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. System. Document Results. Du hast die Verwaltungsprojekte und kannst mit der Verwaltungsprojekte funktionieren. Gut gemacht. Endes Video. Du wirst nicht wirklich wissen, wer dein Verwaltungsprojekte ist. Nein. Was machst du? Wo ist... Wo ist das Ding? Wie viel kostet das Ding? 12.500... Alter... Security Puppet brauche ich! 12.500... 12.500... Hскwt won dema verteilen und merken den Auf arranbij! Der Preis-Kling ist gut. Yay, Lefty! 32.000, Alter! Funtime Chica! Es gibt eine Funtime Chica! Nice! Pickles! Wieviel kosten die einen Retronic Star? 2000 Da habe ich kein Geld für So auf geht's Candy Cadet I am a Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. 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 I have candy all day. I have candy all day. Candy. 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 Candy Old Baby Komm, das waren 2.000 Punkte Ich will endlich meine Geschichte I am Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day, every day Candy, candy, candy Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet I am Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day, every day Candy, candy, candy Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet again I am Candy Cadet I am Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day, every day Candy, candy, candy Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet I am Candy Cadet I am Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day, every day Candy, candy, candy Candy Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet I am Candy Cadet Come get your candy here I am Candy Cadet I have candy all day, every day Candy, candy, candy Candy I am Candy Cadet Return to Candy Cadet again Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet I am Candy Cadet Come get your candy here I am Candy Cadet I am Candy all day, every day Candy, candy, candy Candy Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story I am Candy Cadet I am Candy Cadet I am Candy Cadet I am Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day, every day Candy, candy, candy Candy Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story You know Thank you I am a Amity Let's see What do I do? Ich glaube ich spare. Ich würde gerne die Pickles kaufen. Ich meine die geben ein Happiness aber... Ja, sparen wir auf Security Puppet. Obwohl hier können sie noch ein was hinstellen. Gibt es noch ein was hin, was Bonus Revenue generiert? Der ist guter als zu teuer. Funtime Chica generiert Bonus Revenue. Interessant. Das kann ich mir nicht leisten. Nicht schnell. Das habe ich schon. Das Gant. Den habe ich. Gumball Spiffle Hands. Der... Der könnte doch auch. Die Handelkarte habe ich ja schon. Gut. Gumball. Spiffle Hands. Wo? Du wirst es sein? Das ist das Ding, das wieder einfach rumsteht? Tatsächlich. Und ich kaufe mir mal die Security-Dinger. Kommen bestimmt mehr Leute. Und das den kaufe ich mir. Die Security-Door ist da. Die MET-Station ist auch... Gibt es überhaupt noch irgendwas, was ich kaufen kann, das ich irgendwo hinstellen kann und nicht automatisch irgendwo steht? Ja, die Kack-Clowns. Fruitspunch-Clown. Dann halt der. Bei dem weiß ich den Klappchen still. Gut. Moment. Revenue 4. 1. 1. 1. 4. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 2. Schreckt mich nicht, Alter! Wie viele sind jetzt drin? Drei, ne? Der war aber sehr schnell auf der linken Seite. Das ist halt die Scheiße. Ich erwarte nicht, dass da... Wenn ich sehe, da sind drei auf der rechten Seite, erwarte ich nicht, dass innerhalb von fünf Sekunden auf der linken Seite dann einer ist. Ich sag Bescheid, du. Ich versuch's jetzt noch mal. Ich sag Bescheid, du. Ich versuch's jetzt noch mal. Ich versuch's jetzt noch mal. Erstens. Ich versuch's jetzt noch mal. Genau. Ich versuch's jetzt noch mal. Ich hörte deinen Telefon. Ich hab's gehört. Ja gut, morgen probier ich's noch, wenn ich's morgen nicht schaff, dann ist's scheißegal. Wer so fern hat drauf, das Ding fertig zu machen, bin ich jetzt nicht.